Herzlich Willkommen und herzlich willkommen auf meinem Schiff Kais. Wir haben heute Freitag den 9. März 2012. Es ist jetzt 4.15 Uhr und wir legen auf Kankanaja in der Hauptstadt Lassbauer. Im Moment ist es 17,5 km. Das ist die Brücke. Heute filme ich mal den Mond um 7.02 Uhr. Der Mond auf Kankanaja in Las Palmas. Die Guides fahren schon die Räder für den Fahrradausflug raus. Die Sonne geht auf über den Hafen von Lassbauer. Die Gäste verlassen das Schiff. Für sie ist eine einwöchige oder auch eine zweiwöchige Reise zu Ende. Kommt das Lotsenboot an. Nun ein kleiner Schwenk über Las Palmas. Um 7.14 Uhr. Wir sind im Atlantik Restaurant auf Deck 5 am Frühstücksbuffet. Wir sind in der Casinoloche. Außerhalb darf nicht auch werden. Das Schiff wird bedankt. Wir sind wieder an Bord. Die neuen Gäste treffen ein. Oder treffen immer noch ein. Wir haben heute wieder ganz Las Palmas abgelaufen. 16,64 km sind wir heute gelaufen. Die Seen- und Rettungsübung ist zu Ende. Alles strömt jetzt in die Restaurants. Die Gäste werden auch noch mal auf. Nochmal das Einkaufszentrum Mulay. Da ganz hinten ist eine Boa-Insel, die hier zusammengebaut wird. Wir gehen jetzt auf Essen. Es ist 19.30 Uhr und 23,9 Grad. Sie sind in der Karte. Sie sind in der Karte. Das ist ein Foto. Das ist ein Foto. Das ist ein Foto. Zum Abschluss trinken wir noch in der Casino Lounge Bar einen kleinen Hennessy. Zeig mal was da ist. Und einen Aperol Spritz. Dann werden wir mal gucken. Außen ist im Moment die Auslaufparty. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh, was ist das? Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017